Die Firma PAVE Plus hat sich für den Mini 500 entschieden, um einfach dieses Spektrum zu vervollständigen. Ich kann den Mini 500 auf den Hänger draufstellen. Mit dem PKW kann ich den von Baustelle A nach B ziehen. Er baut sauber ein, er zieht sauber ab. Es ist definitiv besser als mit der Hand gearbeitet und viel, viel präziser und genauer. Ich brauche nur einen Radlader, um ihn zu beschicken. Alles top!